Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Life is Strange In der letzten Folge Haben wir Chloe schon mal die ersten Sachen Haben wir schon mal Chloe das erste Mal gezeigt, was für Kräfte wir haben Und ja, jetzt können wir hier theoretisch zurückspulen und es ihr sagen, oder? Okay, ähm Es war der Trucker Ähm 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 Was war das letzte? Habe ich da schon zu früh Da habe ich anscheinend schon zu früh zurückgespult Wir gucken einfach mal, ob das alles so stimmt Der lässt auf jeden Fall seine Tasse fallen, genau Der bekommt den Notfall Wer fährt ohne ihn, genau Ah Okay, also waren das erst drei Ereignisse und das vierte Okay, ähm, der Trucker lässt seine Tasse fallen So, was passiert? Ähm Tasta Ähm Justin und Trevor sind kämpfen und Joyce dreht es ab Mhm Das ist gut, ich kann nicht erwarten, was passiert Boah, das weiß ich gar nicht, es muss halt eins von den beiden sein Ich weiß gar nicht, geht der Trucker dahin? Oh Gott, bestimmt das mit der Kakalake Boah, ich weiß nicht, ob das mit der Kakalake stimmt, aber ich habe den Typen da nicht gesehen Ups Da ist doch, es war die Kakalake Um Um Wollt ihr das nicht erst bezahlen? Oh Gott, was ruckelt das denn hier so? Hallo Äh, okay, wir müssen anscheinend nicht mehr mit ihr reden Sie winkt sogar noch so komisch Ja, gut dann, äh Wir können auch mit ihr reden Ah, wir müssen da eigentlich drangehen Hey Kate Hey Kate What's up? Please, don't let your best friend get in the way You okay? Die soll sich nicht so rum haben Okay? Die soll sich nicht so anstellen Ja, okay, wir gehen Mh Mh, aber es war Die soll sich nicht so rum Ich bin so rum In ihrer ganzen Kirchensache Ich bin so rum 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 Und zwischendurch mal ein Abschießen Sag ich mal Na gut, wir suchen weiter Das ist so komisch bei dem Spiel Eigentlich sollte das ganz locker laufen Stattdessen ruckelt's einfach zwischendurch mal Ganz komisch Okay, eine haben wir schon mal. Vielleicht müssen wir ja dafür da hinten irgendwie eine Leiter finden. Hier können wir uns erstmal hinsetzen und eine Runde chillen. Wer kennt es nicht? Ja, das sind die alten Flashbacks. Es ist immer komisch, so Leute von früher wieder zu treffen. Vor allem verändern die sich oft halt manche positiv, manche negativ. Und mit manchen denkt man sich dann halt auch echt, wie konnte ich mich jemals mit so einer Person anfreunden? Tja. Ich frage mich auch immer, wie die ganzen Leute mal so zu den Drogen und so kommen. Das habe ich selbst halt mal mitbekommen. Dass jemand einfach so, den ich früher gut kannte, einfach so komplett abgestürzt ist. Und einfach so komplett in diesem Drogensumpf feststeckt, beziehungsweise feststeckte. Ich weiß es leider tatsächlich nicht, wie es der Person mittlerweile geht. Aber es war schon... Es war schon sehr komisch. Ich weiß es nicht. Und man kann solchen Personen halt auch selbst sehr, sehr wenig helfen. Das sieht aus wie ein Graffiti-Museum für Chloe und Rachel. Ich hoffe, ich kann mehr über Rachel hier finden. Oftmals wollen die halt auch einfach keine Hilfe. Und man kann sie halt nicht dazu zwingen. Nur drei Botteln left. Ich will sterben. Geis. Wer hat das geschrieben? Also Rachel ging zu einer Vortex-Club-Party. Dieser Flyer wurde sofort, bevor sie geschehen hat. Hm, das ist komisch. Oh Gott. Achso, mein DeLorean. Ja, ist klar. Lassen so den Affen raus. Newberg ist 100 Kilometer entfernt. Wir sollten um fünf losfahren. Ich fahre. Aber sowas von in deiner neuen Karre. Wir müssen Popcorn fürs Autokino mitbringen. Vielleicht sollten wir vorher wo was essen. Oder was anderes. Egal, lass den Affen los. Zu spät. Boah. Hier auch schon wieder neue Bilder. Beziehungsweise eins, weil ich noch nicht so viele gemacht hab. Hier gibt's auch wieder ganz viele neue Seiten. Oh Gott, es ist so komisch, das alles nochmal zu lesen. Aber lest es euch auf jeden Fall alles mal durch. Drückt auf Pause. Ich werd's im Schnitt definitiv halt auch machen. Nur, ich muss mich mit den Aufnahmen ein bisschen beeilen. So. Denn wie gesagt, ich bin ja am Vorproduzieren. Das ist nicht offensichtlich ein Trio. Wir müssen einfach Rachel finden. Rachel-Songs. Ich wundere, ob Chloe mir immer ein Mixtape machen würde. Ich bezweifle auch, dass das ihres war. Das ist irgendwie schuldig. Na gut. Hier sind noch Fotos. Sie waren wirklich Bestie. Das könnte ich mir an der Rachel gewesen sein. Tja. Aber da ist tatsächlich wahrscheinlich irgendwas Schlimmes passiert. Irgendwie liegt's da so ein bisschen auch an uns rauszufinden, was es genau war. Aber die könnten hier halt überall sein, die Flaschen. Und so wie ich mich kenne, übersehe ich die einfach die ganze Zeit. Danke für den Tipp. Each hit and life. Okay. Ich bin sicher, dass das ein populärer Partyspitz ist. Gut. Mann, was soll denn das? Nein. Nein. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Wie kann man das stoppen? Mann, das ist so nervig. Och, Mann. Wieso? Wieso tut man das jedes Mal aufs Neue? Irgendwie hatte ich das nicht so schlimm in Erinnerung. Okay, ist auch noch eine Flasche. Easy. Easy. Okay, wir gehen das eben nochmal kurz da reinschreiben und dann schauen wir, was... Okay, das haben wir schon gesehen. Was uns Kate geschrieben hat. Boah, ich hoffe irgendwie... Oh. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, die tut sich nichts an oder so. Och, das ist mir jetzt auch egal. Okay, was sagt Kate? Und danke fürs Drangehen vorhin. Ich stand kurz vorm Weinen und brauchte eine Freundin. Du warst für mich da wie immer. XO, XO, XO. Das dachte ich mir schon. Es war einfach echt wichtig für den Moment, denke ich einfach mal. Deshalb. Da muss man dann einfach so loyal sein, wie es nur geht. Wow, Sir. Das sieht genau wie das gleiche Dill von meiner Tornado-Vision. Ich wette, jetzt ist irgendwie auf dem Bild gar nichts drauf, oder so. Kontrastumfang, HDR. Errungenschaft freigeschaltet, es ist echt nichts drauf, LOL. Stumpf, hier können wir uns auch noch hinsetzen. LOL. Boah, ich bin im Moment auch schon wieder so kurz. Komisch drauf. Erstmal spiele ich einstatt ein Horrorspiel Super Mario Odyssey. Danach spiele ich ganz viel Resident Evil. Und jetzt spiele ich wieder so ein... So ein Spiel. Ja, das Spiel ist schon sehr eigen, muss man sagen. Es ist halt nicht wirklich Horror, aber es ist so... Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt. Es ist schon ein bisschen Horror, aber es ist halt so... So ein bisschen Until Dawn-mäßig auch. Es ist schwer zu definieren, aber das Spiel ist cool. Deshalb spielen wir das. Schon wieder ein Autowrack. Ich hoffe es mal nicht. So, jetzt ist halt immer noch die Frage, wie kriegen wir die da runter? Sollen wir irgendwie das Hemd mitnehmen und das da drunter stellen oder so? Achso, hier ist eine Kiste. Ja, moin. Die habe ich ja früh gesehen. Kappa. So, jetzt haben wir fünf. Das sollte ja ausreichen. Voila. Jetzt kann ich diese Bottle-Bootie dem Kapitän Chloe. Sie hat ja auch noch eine, also haben wir sechs. Das haben wir alle schon gesehen. Gut, dann reden wir mal mit ihr. Danke, Max. Oh Gott, wie soll ich ihr denn... Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Oh, yes! Sieht ihr das, Max? Duh. Das war so fucking cool. Jetzt für die zweite Bottle. Mega cool. Woher gucke ich? Du bist auf der Target. Okay, weiter nach oben. Jetzt, Max? Woher gucke ich? Ich gucke etwas über. Genau zwischen den Augen. Beide auf, Nathan. Jetzt ist das... Besser ist... Let's pump up the volume and find me another Target. I want to get creative here. Give me something to shoot, Max. Äh, schieß mal den Monitor ab. Äh, schieß mal den Monitor ab. Ich glaube, du willst die alten Computer-Monitoren abbrechen. Let's reboot them with a bullet. Old school. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar nicht aufgepasst. Give me something to shoot, Max. Ähm... Ähm... Let's see you take a crack at that rusty barrel. Sorry, Mr. Barrel. Your time has come. Listen to those fat bullet beats. Okay, das war, glaube ich, auch nicht so fresh. Dann schieß mal dagegen. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Okay. Now, that's what I'm talking about. Satisfied? Like, never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Hmm. Dude, I need a target before I shoot. Let's see what happens when you shoot the gas tank. Step back. Gas tank, go, boom. Es fängt halt wirklich an zu brennen. Boom! Car definitely down, but no bottle casualty. Okay, sie will halt unbedingt die Flaschen treffen. Aber ich würde sagen, ob wir die Flaschen treffen oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Someday, we will foresee obstacles, through the blizzard, through the blizzard. Today, we will sell our uniform, live together, live together. Who are you? You're Welcome to the nationalist youtube.com.